So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, nachdem ich den ganzen Tag jetzt gewartet habe, dass der neue Raid-Boss auftaucht, Zabazenta, ne, und ich in Hibo nicht fündig wurde, ich sogar schon einen Duo-Raid mit Thomas probiert habe, Thomas, Phantomas, ich einen Duo-Raid mit Thomas probiert habe, weil bei ihm eh schon einer vorher aufging, das Ergebnis könnt ihr dann morgen sehen, habe ich jetzt endlich einen Fünfer-Raid gefunden, dafür musste ich aber extra jetzt nach Hessberg, mein Heimatdorf, und wer die sieben Tage, sieben Stops-Folgen von damals gesehen hat, der kennt Hessberg, der weiß, wie es hier aussieht, leider bin ich jetzt hier auf dem Friedhof, aber wenn ihr hier reinguckt, seht ihr da zwei Stops, ne, dann habt ihr hier das Denkmal vom J. Griesing, Inspektor des Rittergutes Hessberg, was ich damals eingereicht habe, ist auch ein Stop geworden, ist auf jeden Fall ein Denkmal, wenn man das so nimmt, und hier das Pfarrer-Denkmal Julius Köhler, finde ich auch korrekt, steht hier auch direkt vor mir, Friedhöfe sind halt immer so ein bisschen, aber man kann ja da trotzdem, wenn man das im Spiel aus der Ferne sieht, mal reinlaufen und sich das dann mal angucken, man muss ja hier nicht spielen, gleichzeitig haben wir hier aber auch eine Arena, und das ist die Friedhofskapelle Hessberg, das sitzt auch hier der Stefan drin, der Raid geht in 13 Minuten auf, die Friedhofskapelle seht ihr theoretisch hinter mir, nämlich da, das ist die Arena, die habe ich damals auch eingereicht, ist auch durchgegangen, weil eben genügend, äh, zwei Stops hier in der Zelle dann waren, dann hat das gepasst, da wollen wir jetzt den Community-Raid machen, ich könnte mich ja auch mal hier reinsetzen, am besten mit diesem Letterking hier, weil das brauchen wir eh nicht, so, und jetzt möchte ich euch natürlich sagen, wen wir einladen, denn ich habe den Raid wieder im Community-Tab gepostet, auf dem Kanal, wenn man da drauf geht, im Community-Tab, im Community-Bereich, steht wieder da, ich zeige es euch nochmal, 13.44 Uhr, Zemmer-Zender-Raid, Community-Raid, Eiver, Mild und Bekannt laden ein, und es ist egal, ob ihr mit denen befreundet seid oder nicht, jeder muss das gleiche machen, und zwar Trainer-Name und Trainer-Code in die Kommentare packen, die ersten 10 werden dann eingeladen, dann sortiere ich mir das immer, nach Neueste zuerst, und dann sehe ich hier, Schilling 3 ist am Start, Fatih, Yasin ist am Start, Poge, Emin ist am Start, der Boss und Hoff, Yas, das sind 5 für den einen Account, und dann haben wir noch Borki, Genaya, Terrorzwerg, HHHH und den Oliver, das sind die 5 für den nächsten Account, ich muss dann immer gucken, wenn ich einen habe, hätte ich die, sind befreundet, ja, nein, mach da einen Punkt dran, dass ich die einladen kann, ich gucke nicht vorher, wenn ihr befreundet seid, auf welchem das ist, deswegen gebt euren Trainer-Code an, kann sein, dass ich euch mit dem einlade, wo ihr nicht drauf seid, deswegen muss ich euch da adden, der Rest hat es leider nicht hier reingeschafft, und dann sehe ich schon wieder den Pierre Ernst, für die, nicht mitmachen können, die kann ich einladen, ja, also schreibt, ich, wer bei mir mitmacht, dass der immer meine Plattform nutzt für seine Plattform, wenn ihr den addet und er euch einlädt und ihr zusammen einen Raid macht und schafft, dann ist das ja vollkommen okay, aber ich habe bisher noch nie von irgendjemandem gehört, der gesagt hat, dank Pierre habe ich das Pokémon gefangen, oder Pierre hat eingeladen, oder Pierre hat mir geholfen, irgendwie bringen der Pierre meistens nur Chaos und Unruhe rein, außerdem könnte der Pierre, wenn er einen Raid hat, den auch einfach in die Raid-Gruppe posten, dann können sich fünf eintragen, ihn adden, und er kann die einladen, dafür ist die Raid-Gruppe da, wenn er schon einen hat und machen möchte, warum schreibt er ihn nicht in die Raid-Gruppe? Er schreibt jetzt, ihr addet mich, ich lade euch ein, ohne dass es eine Zeit gibt, ohne dass ihr wisst, wann der einen Raid macht, das finde ich total blöd. Jetzt gucke ich mal, wo ich mich hier hinbegebe, entweder wieder Auto, Kofferraum, oder hier irgendwo in der Ecke gequetscht, wir sind jetzt eh schon hier, jetzt ist eh zu spät, und würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Raid, und gucken wir mal, ob das ein gutes ist. So, wir sind zurück, es ist genau 44, ich gehe jetzt auf die Arena, bis eben musste ich noch warten, bis HH angenommen hat, der hat also wieder am längsten gebraucht, keine Ahnung, ich packe jetzt hier die Pässe rein, bei den iPhones muss ich theoretisch wieder zuerst rein, da muss ich jetzt einladen, dafür habe ich mir die Leute natürlich wieder markiert, mit einem Punkt, und ich lese sie auch gleich nochmal vor, so, Fati, Hofjas, Poke, Emin, der Boss, Schilling, 3, HH Terror, Zwerg, Borki, Oliver, Genaya, dann schmeiße ich die restlichen drei noch hier rein, lege mir das alles hier zurecht, und ihr seht schon, ich habe auf dem großen Account auch einen Team erstellt, Sack Zement A, ist mir nichts besseres eingefallen, Thomas hat gesagt, nenn es doch die, nenn es doch Zarte, ne, warte, was hat er gesagt, Zahmer Zender, zahme Zender einfach, zahm, ne, zahm, also nicht so wild, zahme Zender, das ist noch das Team, was ich drin hatte, als ich den Duo Raid machen wollte, da seht ihr Mewtwo, 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 alle mit Konfusion und Psycho-Stoß, das erste ist sogar Best Buddy, mit 100%, Level 50, dann habt ihr zwei Krypto-Mewtwo auf Level 40, beziehungsweise das zweite ist sogar ein bisschen höher, und dann habt ihr noch zwei 96er mit 15 Angriff, ein Glücks-Shiny dabei, alles auf jeden Fall auf Level 40, und mit Konfusion und Psycho-Stoß, 16 Leute, müsste genau passen, 6 mal ich, 10 eingeladene, also 2 mal 5, geht genau auf, es sind alle drin, außer es ist jemand Fremdes drin, wir gucken mal kurz die Lobby durch, Borgi, Terror, Hofjars, Schilling, Schenaya, Oliver, Fadi, Boss, Poge, Haar, müssten alle sein, ich habe auf jeden Fall keinen Fremden gesehen, da seht ihr ja, da fehlt aber noch ein Pokémon im Team, ich habe nur 5 von 6, dürfte aber bei 16 Mann gar nicht so weit kommen, dass wir das letzte noch brauchen, ich lege das jetzt hier hin, die WP müssten genau die gleichen sein, wie natürlich bei Sackjahren auch, also 21, 88 dürfte das 100er sein, außer es hat Wetterboost, dann weiß ich den Wert gar nicht, dann dürfte es aber irgendwas mit 27 sein, also über 27 wäre dann auf jeden Fall gut, wir gehen jetzt hier rein, vom Gefühl her sagt mir das, der sieht irgendwie brutaler aus als der andere, scheint aber leichter zu besiegen zu sein, obwohl normalerweise, wenn man den anderen sieht, der andere kriegt ein Schwert, ist auf Angriff gerüstet, da denkt man ja, wenn der viel Angriff hat, hat er weniger Verteidigung und wenn der hier ein Schild hat und auf Verteidigung gerüstet ist, müsste der ja schwerer zu besiegen sein, weil er mehr aushält, aber weniger Schaden macht, aber irgendwie gefühlt ist es nicht so, man kann natürlich auch mit Metagross wieder kämpfen, Sackjahren hatte eine Stahlschwäche, wenn ihr jetzt aber Metagross nehmt, solltet ihr nicht mit Stahlmoves kämpfen, sondern einfach mit Psychoattacken, aber jeder sollte, wie gesagt, ein Mewtwo haben mit Psychoattacken, nutzt das ruhig, ihr könnt auch euer Level 50er, 100% Psyaner nehmen oder was ihr sonst so habt, schreibt ihr einfach mal rein, mit welchem Team ihr gekämpft habt, was ihr genommen habt, was eure Pokémon sind für diesen Raid Boss, der ist ja auch besiegt in knapp 70 Sekunden, 60 Sekunden, vielleicht sogar, naja gut, es zeigt uns ja am Ende, wie viel es wirklich war, ging also hier relativ flüssig von der Hand, ich drücke jetzt erstmal die kleinen Accounts alle durch und sage ich euch, ob jemand was Gutes hat und dann schauen wir bei dem Großen nach, 21,53, 21,38, 21,18, 21,45, 21,88, das ist ein Hunderter, das müssen wir eigentlich auch fangen, Bruder, was ist da los, ich glaube wir fangen lieber erstmal das auf dem Großen kurz und versuchen dann noch das Hunderter einzutünen, das wäre auf jeden Fall genial, für den Großen nehmen wir euch aber mal zur Seite kurz, stellen euch hier hin, da müssen wir uns nämlich nicht die ganze Zeit da reinbuckeln und es ist ein 21,46, so, versuchen das jetzt fix zu fangen, dass ihr seht, wie das ungefähr abläuft, Kreis einstellen, genau wie bei Sackjahren selber, machst du den hier, na, drückst du hier drauf, müsste reichen, er hüpft, er hüpft, er hüpft, ich habe schon vorhin gesehen, beim Duo Ray, der ist ziemlich aggressiv, der kläfft auch so komisch und hüpft zusätzlich, aber er geht nicht nach links, er geht nicht nach rechts, er ist eigentlich gemütlich zu fangen, er kaspert halt nur ein bisschen viel rum, lasst euch davon einfach nicht ablenken, also, blende die Sonne so stark, dass ich überhaupt den Kreis gar nicht sehe, so, jetzt perfekt, jetzt nur ein bisschen Geduld, ihr seht immer das Hüpfen, ihr seht immer das Bellen, kann ein bisschen nervig sein, braucht man wie gesagt Geduld, lasst euch nicht irritieren, versucht wirklich jeden Ball zu treffen, dann ist er eigentlich safe drin, andere, die haben 20 Bälle, nach einer Minute sagen sie, er ist geflohen, weil sie alle Bälle verschossen haben, weil die einfach nur alles drauf werfen und jedes Mal daneben werfen oder in den Angriff rein werfen, sodass der alles abwehrt, dürfte eigentlich gar kein Problem sein, wenn ihr seht, dass ihr einfach so werft, dann passt das, ihr habt die Ruhe weg, außer wenn die Raidstunde ist und ihr wollt Speed Rates machen, dann natürlich nicht, dann würde ich aber gar nicht fangen, dann würde ich auch einfach fliehen, wieder nicht getroffen, das ist die Sonne, ich sag's euch, ich muss mich auch beeilen, ich werde es 100er noch mitnehmen dort, wenn es eins ist überhaupt, aber müsste, eigentlich müsste es genau wirklich die identischen Werte haben, so, hüpfe noch ein bisschen, ich glaube, ich werde das ein bisschen beschleunigen, ich warte jetzt einfach nicht, bis er angreift, ich werfe einfach so drauf, wenn es passt, also ungefähr so, nicht immer, bis er angreift, sondern einfach jetzt rumcurven, denn das Spannende ist, der Fang vom 100er, und ob das klappt, das heißt, wir werden uns jetzt hier beeilen, beim 100er geben wir dann alles, immerhin noch großartig getroffen, ich bin übrigens nicht so klein hier, ich hänge so weit unten, ich muss mich auf 10 Spitzen stellen, jetzt hat er ruhig gehalten, das ist sehr gut, so können wir immer sein, gebt ihm doch einfach eine Nana-Beere, dann macht er keinen Muckser mehr, ich weiß nicht, ob ich dann den Account ummelde, und auf dem Handy aufnehme, oder ob ich auf dem anderen Handy einen Recorder drauf habe, dass ich das direkt auf dem anderen euch zeige, wie das ist, ich weiß nämlich jetzt auch nicht, auf welchem Account das ist, also müsste ich es wahrscheinlich auf dem anderen fangen, aber wenn ich mich jetzt hier ummelde, keine Ahnung, wenn ich mich ummelde, dann ist es im Endeffekt weg, weil das bleibt nur eine bestimmte Zeit an der Arena zum Fangen, dann könnt ihr es gar nicht mehr fangen, und wieder großartig, hebt euch kein Beispiel dran, wie wir gerade fangen, das ist egal, so, jetzt ist es drin, das ist sehr schön, da rennen wir mal schnell wieder hier hin, jetzt müsste ich nur rauskriegen, welcher Account das ist, wir machen mal kurz den Übergang, melden uns gleich zurück, wenn wir das rausgefunden haben, so, ich bin zurück auf jeden Fall, ich habe mich jetzt auf das andere Handy begeben, ich habe da jetzt extra den Screen Recorder drauf gemacht, jetzt muss ich mich nur hier irgendwo hinstellen, in der Hoffnung, dass man hier das Ding fangen kann, es ist nur überall Sonne, es sieht alles schrecklich aus, wir haben jetzt hier 20 Versuche, ich hoffe, das passt jetzt so mit dem Bild einigermaßen, 21,88, wir werfen den ersten einfach so drauf, mit Kreiseinstellen, obwohl gut, großartig reicht uns nicht, das heißt, na gut, er ist drin, der Mann war das spannend, guckt mal, Pogedex Eintrag, mit dem 100%igen, 100%iger Pogedex Eintrag, was war da denn los, man weiß es nicht, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall wieder mit, aber bringt mir ja nichts, ist ja auf dem kleinen Account, das heißt, theoretisch könnte man das eigentlich auch weghauen, das nehmen wir jetzt aber trotzdem erstmal alles mit, ich muss nämlich das Video schneiden, und guck mal, wie wir das machen, das war es, vor weiterer Seite aus, habt ihr auch schon ein Summer Zender Raid gemacht heute, schreibt es mal in die Kommentare, und ich hoffe, das nächste Mal haben wir wieder eine Arena irgendwo in der Stadt, wo die Sonne nicht so draufknallt, wo wir was zum Unterstellen haben, wo die Lichtverhältnisse passen, denn das sah heute wirklich einfach schrecklich aus, und dann kommen auch die großen Autos vorbeigefahren, bis zum nächsten Mal, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, was ist euer Team, was ist euer Bestes bis jetzt, schreibt es in die Kommentare, und dann kommen die Leute wieder hin,